Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Ori and the Blind Forest. Wir versuchen hier immer noch... Aha! Geh weg, du Arsch! Ja, komm. Warum komm ich da nicht runter? Ich muss da, ähm, hier rüberkommen. Ich will das Teil da kriegen und ich weiß aber noch nicht, wie ich das kriege. Das fand ich bei Child of Light schöner gelöst. Da konnte man einfach mit Ignikolus hinrasen und sich das holen. Ähm, wir können natürlich auch nichts holen. Das ist schade. Und das Ding wäre halt schon mal, dann hätten wir wieder die Hälfte voll. Naja. Oh, fuck. Zumindest kommen wir jetzt weit genug, um springen zu können. Ah, da ist er. Da ist er wieder. Ah. So. Gleich wieder eine Seelenverwandlung, äh, Verbindung. So. Ah, wieder das Vieh. Gut, dass wir eine Seelenverbindung gemacht haben. So. So, da müssten wir doch jetzt... Sehr schön. Kacke. So. Jetzt haben wir das tot. Ich will so viel wie möglich einsammeln. Ah, Mann. Warum klappt das gerade nicht? Warum klappt das gerade nicht? Hm. Schade. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht... nicht beurteilen. Ich will auf jeden Fall da hoch, weil das ist der Teil, wo wir noch nicht waren. Habt ihr das gesehen? Ich bin da einfach lang gelaufen. Und jedes Mal, wenn ich da reinspringe, was ich eigentlich nicht tue, bin ich tot. So. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht genug... Leben habe. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Jetzt. Nein, ich kann keine Seelenverbindung machen. Nein, und da kommt das Vieh. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Viecher. Die sind einfach so scheiße. Oh Gott sei Dank. Okay. Was haben wir hier? Hier sind wir jetzt. Da ist das Licht. Energiezelle gefunden. Ah, okay. Doch kein Licht, aber Energiezelle. Ähm. Ja, gut. Dann haben wir ja den Teil jetzt eh komplett erforscht. Nur, dass wir das Ding da oben nicht gekriegt haben. Aber hier müssten wir soweit alles haben. Von dem hier. Hier holen wir uns nochmal das da. So, jetzt müssten wir hier locker drüber kommen. So. Ah, scheiße. Das war in dem Fall jetzt... Nein! Fuck. Fuck, fuck, fuck. Also, der zieht uns immer zwei ab. Einmal... Wir haben es doch gerade so schön... ...hinbekommen. So. So. Wieder alles einsammeln. Und die Energiezelle sammeln. Und speichern. Wir lernen draus. Wir lernen draus. So. Verdammt. Sag mal. So. Gespeichert. Gehen wir rauf oder gehen wir runter? Wir gehen runter. Oh, scheiße. Scheiße. Okay. So. So, wir speichern nochmal. Wir wollen hier runter. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das machen muss. So. Das klappt nicht. Ach, da. Ah, jetzt verstanden. Verstanden. Tada. Jetzt haben wir es verstanden. So. So. Was ist das hier? Um es zu greifen. Ich weiß nur noch nicht, wofür ich es brauche. Deswegen würde ich es jetzt mal noch da stehen lassen. Wahrscheinlich brauche ich es für das. Wir tun es jetzt einfach mal runterschieben. Ah. Das ist natürlich eine coole Sache. Das Problem ist, ich werde jetzt gleich tot sein, wenn ich da nicht gleich mitspringe. Genau. Das ist fies. Ah, das habe ich nicht. Ah. Jetzt warten wir kurz. Okay, rauf. Ah. Nein. Nein. So. 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 Ein Fähigkeitenpunkt. Ähm. Den, den würde ich auch gleich einsetzen. Und zwar. Ach so. Ich muss erst hier den da machen. So. Und dann B drücken. Ultrageistermagnet. Dann nehmen wir jetzt mal die Stichflammenbrand. Und was ist da? Stichflammeneffizienz. Da wird die Kosten der Stichflamme. Okay. So. Jetzt müssen wir nur... Ja. Muss ich nur gucken, wie ich hier wieder rüberkomme, ohne kaputt zu gehen. Das geht nämlich, glaube ich, nicht. Uh. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich zumindest schon mal einen mehr. Ähm. Tatsächlich. Es klappt sogar. Sehr schön. So. Da haben wir nicht genug. Oh. Sag mal. So. So. Dann. Dann. Oh, scheiße. Verdammt. So. Ach, wir können nicht speichern. So, und jetzt? Was mache ich jetzt? Spätestens, wenn ich den wieder runterschmeiße, bin ich tot. Hm. Hm. Ja, Christine. Ich würde gerne mal hier kurz gucken. Da habe ich nicht genug Dinger für. Ah, schaut mal, was da drüben ist. Aber da komme ich nicht ran. Scheiße. Ja, zurück geht's einfach durch. Das ist kein Problem. Dann schauen wir da rüber. So. 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 Ich kann immer noch keine Seelenverbindung machen. Das ärgert mich ein bisschen. Ähm, vor allem, wenn ich mir das da anschaue. Da ist was. So. Okay. Okay. Ich schaffe das. Nein, ich schaffe es nicht. Oh, fuck. Aber es ging gar nicht so schlecht. Oh, ja. Von dem darf ich jetzt nur nicht getötet werden. Ja. Oh, ja. Das ist nicht so einfach. Okay. Okay, das klappt auch nicht. Schade. Dann müssen wir das doch probieren. Hier von Felsen zu Felsen. Ah, das klappt. Ah, das klappt erstaunlich gut. Wenn man weiß, wie es funktioniert. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Oh, Mann. Leute, es tut mir leid, dass ich so sterbe. Aber ich sehe gerade, unsere Zeit ist aus. Von dem her, ähm, werdet ihr sehen, wie ich das Ding das nächste Mal besiege oder, ja, ähm, ja. Fertigmache, ähm, in der nächsten Folge sehen und dementsprechend würde ich sagen, lasst mir doch Kommentare da, Abos und Likes. Erzählt mir einfach mal, was ihr von Ori and the Blunt Forest haltet. Ähm, oder was ihr gerne sehen wollt oder, keine Ahnung, alles, was ihr auf dem Herzen habt, her damit. Ich freue mich auf alles und, ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, mache ich hier Schluss und ihr schreibt mir in die Kommentare. Danke, bis dann. Ciao.